Und willkommen zurück bei Let's Play Starbound! Und... Weiterhacken! Ja gut, die machen glücklich schon komische Geräusche. Und ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Bringst du Eisen mit? Genau, unter anderem. Komm, ja, nicht ohne Eisen zurück! Reichen dir... Moment, 141? Daraus lässt sich was anfangen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Amboss, damit wir die Hacken verbessern können. Ach komm, das nehme ich noch kurz mit. Ich bräuchte mal Kohle, weil ich hab' wieder keine Fackeln mehr. Du kannst auch zurückgehen und dir die alten Fackeln mitnehmen. Ah, sche... Du hast voll ins Gift gerannt gerade. Ja, nein! Ja, nein, doch! Ja, ich bin gar nicht direkt ins nächste Gift gesprungen. Ach, das macht nichts. Wenn du erstmal einmal vergiftet bist, kannst du auch ins nächste Gift springen. Das macht ja nun wirklich nichts mehr. Kurze Bart. Ja. Nein! Das hab' ich ja tatsächlich gemacht. Singleplayer. Ach, scheiße, jetzt bist du schon vergiftet. Der kann's auch mal da runtertauchen und gucken, was da so ist. Bist du lieb? Aber hält es dann nicht länger an? Nein, bist du nicht? Oh! Oh! Geht's dir gut? Hö! Was? Was? Mit vier Bomben? Mach mal kein Fass auf! Da ist noch so ein Nest. Mitnehmen. Hä? Äh! Gingst du denn hier jetzt nochmal lang? Mhm! Also hier der Tipp mit Fackelsätzen auf der linken Seite ist nicht, gell? Äh, nee. Was seid ihr für lustige Waschbären? Seid ihr böse? Ach, ey. Alter. Na, ihr seid lieb. Gut. Gott sei Dank. So, jetzt kann man hier, glaube ich, ein bisschen besser... Ich hätte irgendjemand straight nach unten gegraben. Äh, Bäume sitzen. Genau. Ach, ich glaube, das wäre ich. Verdammt. Ich bin gleich wieder... What the fuck? Ich merke, ich meine... Kompasspfeil, so findest du raus. Achso. Oh, warte mal, was ist denn da links oben? Habe ich gefunden. Das schaut ja cool aus hier. So, wie komme ich da jetzt unten rein? Nein. Ohr. Ach, das ist eine kleine Tür. Ah, jetzt sehe ich es auch. Es war allerdings schon da und ich habe das von oben übernommen. Aber unten ist eigentlich ziemlich praktisch, weil es kommt wirklich nichts rein, ja? Das ist cool. Huch, ich wollte mich nicht hinlegen. So, ich schmeiße mal das Eisen hier rein. Jo. Und unten direkt das Kupfer. Ein Klohäuschen! Ein Klohäuschen mit. Warte, ich muss mein Nest hier kurz errichten. So. Mein Nest. Ich kann dir mal kurz das mit dem Zelt zeigen. So. Du konntest dich auch mal hinlegen. Du schaust nämlich ziemlich lädiert aus. Ja, ich bin ja eigentlich eh meist hier drin. Soll ich mich da hinlegen? Ach so, diese komischen Dinger da, die wurde da angepflanzt, das sind Bäume, Baumsetzlinge. Irgendwann kommen die Bäume raus. Genau, die sind in so einem Glas erstmal, ja, irgendwie. Kann ich mich auf der Tür eigentlich raus teleportieren? Nein. Wenn das Wasser nicht mehr abläuft, kannst du dich auch nicht mehr raus teleportieren. Ich habe meine Statue aufgestellt. Oh, nee, geht nicht. Okay, komm ich hier wieder raus? Ja, nach oben, hm? Ja, nicht schlecht. Oh mein Gott, man kann meinen Laub sehen. Nein. Oh nein. Oh Gott. Ach, ich bin hier auf Basic Crafting und ich Vogel. Hast du, machst du schon Amboss oder soll ich einen machen? Ich, ich mach grad. Okay. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Ich hab doch jetzt schon längst gebaut. Ja, halt den, halt den mal hoch. Da oben über den Ofen. Äh. Ja. So, meinst du? Okay. Das kann sogar noch weg. Das ist das kleine Stück da. Hast du mir jetzt, hast du mir jetzt das Kupfer geklaut? Oh, das Zeug braucht ewig hin. Ach so, ja. Ich wollte meine Pickel machen. Eine bessere. Ja. Dann gibst du mir deine. Also, warte. Kann ich gleich meine Pixels aufbrauchen, weil die brauche ich ja noch nicht. Ui. Das ist cool. Kann ich noch eine machen? Ja. Kupfer-Pigee. Dankeschön. Gut, dann habe ich das, was ich wollte. Jetzt kann ich hier wieder nach Roten. Halt, Essen bräuchte ich vielleicht noch. Hast du gerade was da oder darf ich mich hier bedienen? Huch. Nicht die Pickel. Warte. Essen. Was? Du bist Essensverwalter. Was denn für dich? Und das nimmst du auch noch mit? Feather Crown. Und? Was ist denn das? Guck, Pulse. Chicken. Weiß ich, als Vogel soll jetzt auch noch. Das ist ja voll Kannibalismus, ey. Ja. Wo sind die Florans? Zwingst mich jetzt im Kannibalismus, ich glaube ich spinn. Wir essen uns auch gegenseitig. Das ist ziemlich witzig. Stimmt, ich sitz. Wenn man einen Floran trifft, der spricht zu einem, du, wenn du Ärger machst, dann ist Floran, äh, Floran? Floran ist verwirrt. So wird es mal auf Deutsch übersetzt. Ah ja. Florans sprechen auch von sich immer in der dritten Person. Mhm. Natürlich. Hauptsicht eingebildet. Die sind nicht gerade die hellsten, aber verdammt witzig. Äh, verdammt witzig. WTF? Dieser Mann scheint nichts zu sagen zu haben. Huch. Die Schicken, wie Gravitie, Gedöns. Was ist denn das? Ich habe hier gerade so komische Viecher, die machen ganz komische Attacken. Warte mal, warte mal. Leidern die dich hoch? Na halt, da sind wir welche. So. Wie kann ich denn jetzt mal so storage, ähm... Ich habe Fleisch gejagt, äh, gesammelt. Nein. Das Fleisch kriegt man übrigens nur durch den Bogen oder durch das Huntingknife. Genau. Oder durch Waffen, die Huntingknife auch haben. Huntingknife? Achso, ja. Einzel? Hunting ein Eisen. Achso, was befehlst du? Ah, scheiße. Zu spät gesprochen. Also das dauert echt ewig. Ich gehe jetzt auch mal rauf und mache mir eine bessere Picke. Oh nein! Oh nein! Frame einbrüche. Ich bin mitten im... Alter, nein, scheiße. Frame einbrüche. Was ist denn los? Er hat Sand losgekloppt. Ja, aber ganz, 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 ganz viel. Alter, Schwede. Ich habe es zu spät gemerkt, dass es gleich so viel ist. Alter, Hilfe. So, was muss ich mir mal durchgraben. Jetzt, gib halt das Ding her. Ich höre Musik. Du hörst Musik. Bist du hoch... Ach, weiter da oben, oder? Bist du, ne? Weiter nach hoch. Weiter nach hoch? Ja, man sagt ja auch nicht mehr, gib mir einen Daumen raus, sondern gib mir einen Daumen nach hoch. Ja. Sagt man so. Ja. Ja. Ii, ich bin im... Okay, ich bin jetzt weit genug drunter. Wenigstens geht es mit dem Kupferding jetzt wesentlich schneller. So. Kann ich jetzt mal einlagern. Einlagern. Erzie. Waren. So. Genau. Einlagern. Futter. Ach, hier war ich doch letztens. Was heißt letztens? Gerade eben noch. So, dann kann ich jetzt weitermachen. Ja, ja. Damals. Damals war alles besser. Oh, was seid ihr denn? Futter. Einlagern. Restlicher Schrott. Und aufstellen Tisch. Dann können wir Brot machen. Brot? Brot. Ach, Brot. Ich habe Brot verstanden. Brot. Du hast als Rezept Karottenbrot. Nom, nom. Karottenbrot. Mhm. Das weiß ich, weil ich habe auch mal Vögelchen gespielt. Deswegen essen wir das Brot nicht, sondern heben es auf, bis wir Karotten haben. Ja. Weil das hat zusätzlich Heilung und zusätzlich Zuckerrausch. Zuckerrausch? Adrenalin. Kannst du schneller laufen. Ja. Und es sieht aus, als würdest du brennen. Ich brenne. Doch sonst ist immer mein Part. Ich brenne. Was? Ach, stimmt. Du brenn. Ach so, das brennt, ja. Loks brennt. Das können wir dann gleich wieder einführen. Ne. Ah, Pixel. Wo, wo, wo? Meins. So, MMMM. 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 Ach verdammt, von hier unten kann ich nicht an die Loks brennen. Du kannst mal meine Picke hier reparieren. Wo ist denn mein Kupfer? Kupfer, Steinpicke reparieren? Ist nicht. Doch, es geht. Ja, schon, aber sollst du nicht tun. Dann komm lieber hoch und mach dir eine gescheite Ecke. Ich hab doch, ich hab doch Kupfer ohne Ende eingesammelt. Wo ist denn das? Ach. Schau mal oben in deine Leiste. Nur so ein Tipp. Das ist voll doof, dass alles oben ist. Lost in Temptation. So. Also die Hütte ist soweit. Ne? Die Hütte ist soweit ne? 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 Die ist ganz schick und so. Scheiße. Ich muss die letzte Box doch nochmal aufstellen. Mal schauen. Lass mich hier rauf jetzt. Ja, was bau ich denn hier schon? Ich weiß es nicht. Wie kannst du nur? Die letzte Box. Komm, gib mir das blöde Eisen da. Ach, da ist ja nochmal eins. Also werdet ihr auch sehen, die Boxen sind sortiert. Blöcke. Du hast ja da mehr Ahnung vom Sortieren. In Zeug und Zeug und anderes Zeug. Erste Box Eisen und Barren, also Erz und Barren. Zweite Box Futter. Dritte Box, ähm, ja, ähm, Sepplinge und diese Blumenblätter. Und die vierte Box, Blöcke. Blöcke, Zeugs. Blöcke. Zeugs sind ein anderes Zeugs. Was ist denn das da drüben eigentlich? Ich brauche nämlich Pixel. Ich geh jetzt. Äh, ich hab Pixel, wenn du brauchst. Ich komme eh noch gerade nach oben. Du kannst sie mir nicht geben. Wollte gerade sagen, kann man inzwischen Pixel geben? Nein. Hä, was ist das da drüben? Die Attacken. Body Slam. Body Slam. Ja. Ist nicht. Vielleicht reichen mir die Pixel auch schon, ne? Ne, ist nicht. Was ist das? Hä, was ist das? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber was ist das? Oh, ich hab Hunger. Kann ich jetzt mir eine Hunting Eye? Nein. Mir fehlen genau drei Pixel. Ich hab's geschafft, ich bin oben. Hoi. Es ist wirklich erstaunlich, hier frieren wir nicht. Ist doch gut. Stimmt. It's not so cold out there. Ist doch perfekt mit Planet von Anfang. Wie machen wir hier nochmal ne Ding? Ne bessere... Äh, Amboss. Ach, jetzt hat das Kohle. Ach Gott. Amboss und da scrollst du runter zur Copperpickle. Da ist er. Dafür brauche ich Copperbar natürlich. Was kommt danach noch mal Silber direkt, oder? Äh, ja. Richtig, Eisen wird ausgelassen. Kupfer, Silber, Gold, Platin, Diamant. Und wenn zwei Erze da sind... Ah, nee, warte mal. Kupfer kann ruhig als Erz ein bisschen da bleiben. Das ist gar nicht schlecht. Ich find auch den Text von der Picky so cool. Picks are so last millennium. By the way, Floran schaut sich mal wieder um. Very heavy. Useful in a trap. Und das da? Das guy seems... Achso. Ich kann ja mal mir Loks anschauen. Nach. Nach. Fresh hay. Hay smells good. Ich kann mir Loks nicht anschauen. Das guy seems to have nothing to say for himself. Burning drums gear, Floran. Floran, keep distance. Könntest du dir auch nix sagen. Floran, use table, make night things. This? Floran, prepare food with bare hands. What table, use rule? Okay. Hey, die Sprüche von Floran sind so geil. Box. 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 Was ist Zelt? Little green house. House. Puppe, Frosch. Alles klar, okay. Was wollte ich nochmal? An hunting life, wollte ich mir machen. So. Oh. Weil damit tausche ich auch meine erste Waffe aus. Was ist das? Useless. Hä? Ach, das hat mich geheilt. Kann ich das mitnehmen? Ne. Oh, ich habe eine Karotte gefunden. Ja, Gott sei Dank. Das können wir anbauen. Können wir anbauen. Äh, wo ist denn jetzt das Kupfer hin? Hä? Das Kupfer ist in der Kiste, Mensch. Ich räume hier auf. Das Silber ist für Karten. Ich glaube, der geht am häufigsten meinen. Dass er als erstes eine Silberpicke macht. Hey. Was ich mir aber ganz frech mache. Ich glaube, das klappt nicht. Doch, das klappt. Das Kupfer packe ich rein. Ich habe mir jetzt eine Kupferhose gemacht. Boah, ich glaube, ich bin zu tief. Ich glaube, ich muss jetzt wieder weiter höher. Weil dafür ist die Kupferachs doch ein bisschen Kupferachs vor allem. Kupferpickex. Aber das ist nur Optik, wie man am Auge sieht. Und was man wirklich anhat, ist hier. Achso, Soda erklärt ja wieder Dinge. Ähm, Ratchet war die verbesserte... Nee. Ich kann das jetzt also optisch so machen, als hätte ich nichts an. Ich glaube, ich lasse diese Kupferbeinschienen, weil die sehen echt cool aus. Ja. Soda hat nichts an. Doch. Kupferbeinschienen. Aber tu ich denn das jetzt hin? Schrott tu ich mal zu. Schrott. Dann gehe ich mal los. Schrott gehört zu Schrott, ja. Die dritte Kiste. Die dritte Kiste von rechts. So. Äh, Affen? Ihr seid neu, oder? Äh, du bist... Wow, heftig Affen. Wow, heftige Affen. Alter. Jawel. Und ob Soda das überlebt. Sehen wir in der nächsten Folge. Ne? Geschafft. Okay, verdammt. Wir machen jetzt trotzdem eine Folgenpause. Wir machen jetzt trotzdem eine Folgenpause. Gut, bin eh wieder daheim. All right. Gut. Dann bis, äh, dieses Mal. Tschö. Tschö. Ciao, ciao.